Leute, die Gerüchte werden immer lauter, dass in Season 23 extrem Heftiges passiert, was das Spiel Apex Legends als Battle Royale grundlegend verändern wird. Vor zwei Monaten wurden diese Leaks schon mal laut. Ich habe vor zwei Monaten auch darüber berichtet, habe dort auch schon meine ehrliche Meinung zugesagt. Und in der Vergangenheit und jetzt auch die letzten Videos von Thornton Smash und einigen anderen großen, auch Data Minern, die nehmen an diesem Leak oder dieser Leak wird nochmal lauter, sodass viele davon ausgehen, dass es in Season 23 wirklich passieren soll. Vorab, bevor ich euch zeige, um was es geht, möchte ich nochmal betonen, sollte das wirklich so kommen, verändert es, wie gesagt, das Spiel grundlegend. Ich würde es nicht gut finden. Aktuell weiß immer noch keiner, ist es eine Battle Royale Änderung, ist es eine Ranked Änderung vielleicht oder ist es ein Limited Time Modus. Aktuell können wir alle nur hoffen, bitte lass diese Änderung nicht geschehen. Es könnte sicherlich Bock machen, aber dieses Zufallsprinzip, du droppst, hast eine geile Waffe sofort zum Start, gewinnst dementsprechend, weil irgendein Gegner bei dir landet, den Gunfight. Oder du hast halt eine schlechte Waffe, bist vielleicht der bessere Spieler, der Gegner hat aber die geilere Waffe und du kriegst aufs Maul. Diese Zufallskomponente könnte komplett wegfallen und ich sage euch jetzt, was das ist. Also ich bin komplett dagegen, bildet euch eure eigene Meinung, falls ihr von diesem Leak noch nichts gehört habt. Wie gesagt, in den letzten Tagen wird dieses Gerücht lauter, dass das in Season 23 wohl angeblich kommen soll. Bestätigt ist es nicht. Genießt es bitte. Ganz, ganz wichtig. Mit Vorsicht, Full Kitted Weapon System soll wohl angeblich in Season 23 kommen. Wie gesagt, ich habe schon mal darüber berichtet. Es war Anfang September und ich glaube, die meisten von euch fanden das damals schon nicht ganz so geil. Es soll so sein, dass vom Ground Loot alle Waffen komplett verschwinden. Du findest gar keine Waffe. Du kannst wohl zum Start einer Runde dein Loadout selber aussuchen. Waffe 1, Waffe 2, Ballistik vielleicht sogar Waffe 3. Ich kann es euch nicht genau sagen. Die Waffen sollen sich im Laufe der Runden bis Maximum Level 4 weiterentwickeln. Du hast zum Start halt vielleicht eine Flatline Grundausstattung. Hast du die erste Zone überlebt, wird die Waffe weiß, hast ein weißes Magazin. Runde 2 Blau, Runde 3 Lila und so weiter und so fort. Sollte klar sein, wie das dann mit den Optiken läuft, kann ich euch leider nicht so genau sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Waffen aufgrund ihrer Magazingröße ein besserer Lauf, ein besserer Schaft und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Optiken zum Beispiel trotzdem gefunden werden müssen. Wenn du zum Beispiel mit einem Level 1 Normalstandard Visier besser triffst, als mit einem 3-fach oder 3-4er Scope und so weiter. Und das wird dir auf einmal auferzwungen. Du verlierst vielleicht dein 1-fach oder 2-fach Scope und bist dadurch vielleicht schlechter. Wäre das nicht ganz so geil, ich mit meiner G7 Level 3, also das 3-fach oder 2-4er Visier brauche ich unbedingt. Ohne Visier bin ich da eine absolute Niete. Also das könnte schon dem ein bisschen entgegenwirken, dass das System nicht so geil ist. Deswegen denke ich, nicht alle Attachments werden erweitert. Und es soll im Laufe der Runde möglich sein, vielleicht an einem Replikator, das ist nur eine Theorie, soll es wie gesagt möglich sein. Kennen wir auch aus Warzone. Es kommt ein Drop runter und dann kannst du dir dein Favorite Loadout mit deinen Waffen, so wie du sie brauchst, nochmal zusätzlich craften. Ja, das klingt an sich erstmal geil, es klingt aber eigentlich nur geil für ein Limited Time Ops. Nicht mehr, nicht weniger. Und in diesem Zusammenhang soll es auch ein Legend Weapon Perk System geben. Soll wie folgt funktionieren. Im Endeffekt gibt es schon zwei Legenden, die so ein bisschen nach diesem Prinzip spielen. Sie haben indirekt passive Fähigkeiten, wie zum Beispiel Rampart. Rampart hat ja Affinitäten zu LMGs. Du hast eine höhere Munitionskapazität und Schlag mich tot war auch die Nachladegeschwindigkeit ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht mehr genau. Und bei Mad Maggie war es so, dass du glaube ich schneller läufst oder irgend sowas war mit den Shotguns. Ich spiele die Legenden eher kaum, deswegen bin ich da nicht so ganz hinterher. Und genauso soll das für alle anderen Legenden sein, dass du dann zum Beispiel noch einen Bonus bekommst, wie schnelleres Nachladen. Bist schneller im Aim, größere Munitionskapazität im Magazin und so weiter und so fort. Und Legenden sollen wohl waffenspezifische Sachen freischalten über eine spezielle Liste, über eine spezielle Waffenliste, wo du das erst freischalten kannst. Und erst dann kannst du diesen Bonus wohl benutzen. Und wenn eine Legende das Maximum Level einer bestimmten Waffe, eines Perks oder keine Ahnung wie genau das funktionieren soll, erreicht hat, kannst du dann diesen Bonus zum Beispiel schnell nachladen, schnelleres Aimen, auch auf andere Legenden projizieren, die dann diesen Bonus auch benutzen können. Das sind die zwei Gerüchte. Das erste Gerücht übrigens gibt es auch noch in verschiedenen anderen Varianten, wie es kommen könnte. Das muss nicht eins zu eins so kommen. Es gab noch zwei, drei andere Varianten, wie das kommen könnte. Aber das ist wohl von allen die wahrscheinlichste. Die anderen Varianten habe ich jetzt auch auf die Schnelle nicht mehr finden können. Leute, lasst mich in den Kommentaren bitte nochmal lesen, was ihr von diesem System haltet. Die nächste Season, Season 23, ist nur noch zehn Tage weit weg. Wenn das System kommt und wir uns nicht dagegen wehren können und das kein Limited-Time-Modus ist, dann denke ich, schlägt das sehr hohe Wellen negativ. Die Spielerzahlen entwickeln sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon wieder extrem negativ nach da unten, nicht da nach oben. Ist klar, das wäre dann positiv. Deswegen glaube ich, dass der allgemeine Battle-Royale-Modus unberührt bleiben sollte von diesen Änderungen. Es muss ein Limited-Time-Modus sein. Dann ist es, glaube ich, eine echt feine Sache, um ein bisschen anderen Spaß in dem Spiel zu haben. Aber als feste Änderung ist das keine gute Idee. Ich will starten. Wir wollen starten. Wir wollen das Zufallsprinzip. Du machst eine Box auf, hast dann halt, wenn du Pech hast, nur eine P20 oder eine Car, mit der du vielleicht nicht umgehen kannst und hast nichts zum Start. Diese ganze Loot-Komponente würde im Endeffekt gefühlt wegfallen. Wenn du lootest vielleicht eine Minute, um Schildzellen, Schildbatterien, Heil-Items ein bisschen zusammenzukratzen, vielleicht die perfekte Optik und dann ist es schon vorbei. Dann geht so eine Runde vielleicht nicht mal 20 Minuten, sondern nur noch eine Viertelstunde. Ich weiß es nicht. Also Full-Kitted-Weapon-System, nee, würde ich nicht feiern. Klar ist dir die Komponente, dass irgendwann im Laufe des Spiels mit Glück so eine Art Care-Package runterdroppt, wo dann dein Loot, wie man es aus Modern Warfare Warzone kennt, wo dann dein Loot auch drin ist, was du dir vielleicht mit ein bisschen Geld kaufen kannst oder irgendeinem Crafting-Material. Klar wäre das vielleicht eine ganz coole Sache, um sich mal was anderes abzugucken, Aber ein komplettes Full-Kitted-System ist einfach keine gute Idee, wenn man von Anfang an sich die Waffen wählt, die man am besten findet. Sind wir ganz ehrlich, natürlich, das dürft ihr auch nicht vergessen, sowas wie eine Crave oder allgemein eine Care-Package-Waffe bleibt natürlich davon unberührt. Das sollte logisch sein. Das wäre auch viel zu krass und geht auch, wie gesagt, davon aus, dass natürlich die Waffen alle natürlich nicht gepimpt sind. Das ist klar, aber das ist ja, das habe ich ja schon erzählt. Sorry, dass ich es jetzt ein bisschen unnötig in die Länge ziehe. Hier steht ja auch, einer der Varianten wäre, dass die Waffen sich über die Zeit, also über die Zone evolutioniert, also erweitert. Es gab noch eine zweite Variante, wo du halt fighten musst und dass du Sachen machen musst und kannst dann natürlich auch über die Gegner Waffen looten. Das habe ich vergessen noch dazu zu sagen. Du kannst natürlich die Gegner töten und kannst dann wohl laut der Variante, du kannst dann trotzdem Waffen aus anderen Deathboxen looten. Das ist aber auch die einzige Variante. Ansonsten solltest du in Loot-Bins nichts anderes finden. So, jetzt habe ich aber fertig, bevor ich jetzt hier noch zu viel Blödsinn drumherum quatsche. Ladies and Gentlemen, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, ciao.